So, ähm, ich würd dann quasi hier nochmal ne Straße bauen, hier unten. Wir bleiben natürlich bei meinem altbewährten Kubus-System. Das sieht irgendwie komisch aus da unten. So. Leather, Leather! Leather, Leather! Junge, wie viele Häuser wir hier oben haben, ne? Krass. So, und dann könnten wir hier eigentlich gleich nachbauen. So, ich hoffe, das passt einigermaßen. Ähm... Ähm, 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 hier. Hofstätte. Mit dem Gesicht nach rechts, ne? So rum. Endlich Regen. Ja. Zwei Meter, zwei Tonnen, zwei Fäuste, nämlich ernst. Hast du grad gegoogelt heimlich. Leather, Leather! Ich glaub, so reicht, ne? Hofstätten 5. Ja, das passt schon. Hopp, so. Das passt schon. Leather, Leather! So. Didel, didi, didi. Prima, prima. Schöne Wohnsiedlungen. Dann hier noch, die Dingens hin, die Taverne. Und dann müssen wir... Ach, hier unten ist der Wald. Ich hätte überlegt, ob ich hier vielleicht noch ein paar Häuser so von der Seite mache. Aber können wir eigentlich auch. Kleingartensiedlungen, wirklich so. Achso, die müssen erstmal den hier bauen, ne? Naja, gut. Bräuchten wir vielleicht doch noch ein Ochsen? Ich mein, die sind gerade noch, ne? Bob Stonewall ist Ochsenknecht. Bob Ochsenknecht. Ich glaube, unsere Ochsen sind gerade hart unterwegs. Oder? Sind die gerade unterwegs? Ich glaube, ja, ne? Ja, das ist keiner zu Hause. Also vielleicht könnten wir noch ein Ochse holen. Tiere für die Weide. Wollten wir auch noch holen, aber dazu muss das Ding fertig sein, ne? Ist nicht fertig. Es kommt immer was dazwischen. Wir wollen alles auf einmal bauen. Du wolltest noch ein paar Hühnerstelle bauen. Leute, wir können nicht alles auf einmal bauen. Wir müssen eins am anderen bauen. Ihr seht doch, nichts geht weiter. Deswegen überlege ich gerade, ob ich ein Ochsen holen soll noch. So. Ähm. Ich sage, viele Häuser noch Level 1 sind. Könnt ihr doch vielleicht schon mal Gemüse gärten. Müssen die nicht auch ausgebaut werden? Müssten die nicht auch ausgebaut werden? Ich weiß nicht genau. Hühnerstelle werden sofort gebaut. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? So, wollen wir hier. Äh. Wo war das die Stufe? Okay. Wenn ich jetzt hier einen Hühnerstall baue. Bau begonnen. Ja. Wird sofort gebaut. Ich höre nicht mehr auf euch. Ich höre einfach nicht mehr auf euch. Was soll ich denn? Ganz ehrlich, ich hätte es ja lernen müssen aus dem Dorf. Ja? Ich hätte es ja lernen müssen aus dem Dorf. Leute, die erstmal Holz da hinten hinbringen und dann wieder zurück hierher bringen. Was erwarte ich von denen? Ich merke halt, dass ich keine Schule im Dorf gebaut habe. Ich merke es halt immer wieder. Ja. Aber ich bin leider auch nicht schlau. Ich habe nach all den Jahren immer noch nicht gelernt, dem Chat nicht zu vertrauen. So, na gut. Wir haben drei Bauprojekte. Der Bau wird sofort begonnen. Ach so. Also wenn ich den Bau beginne, wird der Bau begonnen. Cool. Danke für diesen heißen Tipp. Das ist aber, äh... Uh. So. Ich finde uns super. Ja, das glaube ich. So, na gut. Ich will alles bauen und dann die Taverne. Anni, wir müssen erstmal Bierbrauer bauen, ne? Dann die Taverne. So. Lelelelelele. Bla, bla, den Chat nicht vertrauen. Pss, wem ist mir das im Ochse-Türmen gegangen, hm? Der Ochse ist mir türmen gegangen, weil ich mir den Augen immer im Chat hänge. Ja, weil ich, weil mir das, weil mir der Chat sehr wichtig ist, schaue ich immer so oft in den Chat, dass der Ochse aber weggelaufen ist. Das ist passiert. Hätte ich nicht machen sollen. Weiß ich. Hühnerstall ist fertig, ne? Nur zu eurer Information. So. Äh, wie viele Eier haben wir denn eigentlich? Also hier noch keine. Allgemein. Lebensmittel lagern. Okay, Mr. Walte, ihr seht. Random Shroom, seht. Sarah holt Wasser. Die sind gerade alle hier noch zu Gange. Dann könnten wir eigentlich hier mal, ne? Zwei von zwei ist schon hoch. Sehr hoch. Ich habe mal Baupriorität sehr hoch. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ding, 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 ding. Schlamm, bi, damm. Meine Nase juckt und ich will hier aber nicht, dass es aussieht, als würde ich popeln. Ich mache so. So ein geiles, so ein geiles Mittelaltergrill auf einer Burg. Und dazu ne Band, die so ne Musik spielt. Voll geil. Und natürlich noch ne Ausschank. Voll geil. Ding, 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 ding. Vier Handelsposten ist fertig. Yo. Hallo. Äh, Weideflächen 0 von 4. Was? Personen erweitert. Handel. Kein Handel. Ochsen. Oh nein, wir müssen freischalten. Ich habe kein Geld. Äh, Packesel. Was macht denn der? Ich hätte gerne Infos zum Packesel. Überschuss. Kostet nur 12. Lämmer haben noch kein Symbol. Äh, Schafe. Viehbestand. Also auf die Weide können wir nur Schafe oder Lämmer holen. Also ich kann keine Schweine, keine Schweinezucht da machen. Die Packesel beschleunigen die Packesel den Transport der Waren von A nach B. Ach, die Packesel sind für Transport zuständig. Aber kann der Packesel zum Beispiel auch von hier vom Köhler? Bringen die momentan nichts. Okay, dann können die das nicht. Ich dachte, wir würden vielleicht die Träger ein bisschen unterstützen hier. Die das alles zu Fuß machen müssen. Die Armen. Ich würde ja auch gerne Fahrräder bauen, aber das geht halt einfach nicht. Schade. Gibt es andere Möglichkeiten? Die Handkarren, aber die muss ich freischalten. Habe ich ja noch nicht. Ähm. Schafe oder Lämmer für das Feld? Ich frage mal Kopilius. Schafe oder Lämmer für das Feld? Und was ist der Unterschied? Bim, 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 bim. Soundtrack ist echt schön. Den Soundtrack hätte ich gerne auf Vinyl. Lämmer sind jünger. Deswegen frage ich Chat nicht. Deswegen frage ich jemanden, der mitentwickelt hat. Äh, Schafe, weil du willst der Wolle von ihnen. Lämmer, sofern die überhaupt immer momentan gehen, bringen nichts. Ich will keine, ich will auch gar keine Wolle von denen. Ich will Fleisch. Ich will Fleisch von der Weide. Ich will mir den Jäger sparen. Ach so, ich kriege nur Wolle. Fleisch. Fleisch. Tatsächlich nur Wolle momentan. Fleisch. Okay, dann Wolle. Wie viel hole ich denn mal? Ich gucke mal kurz. Gewünschter Überschuss. Äh, kein Handel. Imputieren. Zehn. Die kosten 300. Kann ich mir nicht leisten. Selbst das kostet 150. Kann ich mir nicht leisten. Was? Die sind aber teuer. 30? Kann ich auch mal zwei? Naja, drei sogar. Ich mach drei Schafe. Ich mach direkt drei Schafe. Okay. Die vermehren sich nur, wenn ich einen Perk habe. Hab ich aber nicht. Wir müssen die Häuser bauen. Ja, auch keine Kühe für mich. Das geht auch nicht. So, hier. Ich mach mal Baupriole sehr hoch. Damit die wissen, es ist mir ernst mit dem Bau. Es ist mir ernst. Äh, die Schafe sind genderfluid. Sobald man, glaube ich, den Perk hat, dass die Tiere sich vermehren, ist es, glaube ich, egal. Die passen sich an und dann werfen die. Okay, gut, 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 gut. Der Marktplatz war viel zu groß geplant. Ähm. Was mit den Hühners jetzt? Ich sehe immer noch keinen. Also, Brot kriegen wir langsam rein. Beeren auch. Kräuter auch. Ich sehe immer noch keinen, ähm, ich sehe immer noch keine Eier. Jungs, was mit den Eiern? Die geben doch, die geben doch jeden Tag Eier. Wo sind eure Eier? Enttäuschend einfach. Einfach enttäuschend. So, das ist Level 1. Aber da kann ich, glaube ich, Eier kann ich schon machen, ne? So, ich mach mal. Eier. Oh, schon wieder. Ich liebe diesen Bug. Äh, warte. Dann hier. Eier. Eier. Und das war's. Ich mach die ganze Reihe mit Eiern. Außer hier das Gemüsegarten. Eigentlich müsste ich hier die ganze Reihe Gemüsegärten machen. Hier eine Reihe Eier, eine Reihe Gemüsegärten. So. Oh, 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 oh. Das Haus ist fertig da unten. Yo. Oh, bald neue Familien. Haben wir Geld verloren schon? Kann ich hier... Weidefläche, Viehbestand. Wie krieg ich die Schafe denn da rüber? Oder die Ziegen... Also, die Schafe. Schafe sind das, ne? Wie krieg ich die denn da rüber? Weidefläche 0 von 4. Stallfläche 0 von 2. Zählt ja alles automatisch mit rein, glaub ich, ne? 0 von 4. 0 von 63. Wie krieg ich denn da rein? Wie krieg ich die Schafe hier rein? Manche Sachen bei dem Spiel verwirren mich einfach. Wir müssten jemanden einstellen. Ich warte noch, dass jemand einzieht hier. Vielleicht geht's dann. Aber wie? Aber keine Ahnung. Wir schauen mal. Da, da, da. Vielleicht, wenn wir Vieh haben, kann ich dann Dropdown machen oder so. Ich schau mal. Vielleicht gibt's dann irgendeine Möglichkeit. Wir warten erst mal, bis wir... Haben wir beim Viehhändler... Kann ich sehen, ob wir Schafe haben? Ne, ne? Viehbestand ist nichts. Aber Geld hab ich irgendwie ausgegeben. Wir haben null Schafe, aber wir haben Geld ausge... Okay, die zwei Ochsen werden angezeigt. Ach, wir haben die Hühnerstelle gekauft, ich Idiot. Wir haben die Hühnerstelle gekauft. Die kosten Geld, hab ich vergessen. Upsi! Die kosten ja... Die kosten 25 Pro... Ah, egal, da haben wir Eier. Scheiße, die Schafe. Machen wir später. Ich hab auch so wieder mein Geld rausgeballert, wie immer. Oh, Mann. Ich wollt, ich wollt in dem Chat einfach so geile... So geile Frühstückseier gönnen. Ich hab gedacht, der Chat mag's bestimmt einfach... Schön super leckere Eier am Morgen. Ach, schön. Ach, schön. Oh, die Musik, ne? Oh, die Musik ist so schön einfach. Das Spiel auch. Oh, mein Gott, das Spiel auch. Oh, ich will den Soundtrack unbedingt haben. So, neue Familie ist eingezogen. Wer ist der? Ott. Neue Familie. Aha. Alleinstehend. Okay. Verstehe. So. Sergeant Happy, Dankeschön. Vielen Dank, Sergeant Happy. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir bräuchten wieder einen Sohn. Wir haben die ganze Zeit nur Töchter gemacht. Jetzt brauchen wir wieder einen Sohn. Wer ist denn hier ein guter Sohn? Ist das ein Jungsname? Teamler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber heutzutage ist man ja modern. So, Frau gibt's auch noch nicht. Okay. Didel, 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 didel. Okay, wir bräuchten einen Viehhändler. Aber. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Didel, didel, didel. Es wird auch Version mit Soundtrack geben. Ihr müsst den Soundtrack auf Vinyl rausbringen. Das ist eure heilige Pflicht. Das lege ich einfach so fest. Und Merge. Als Vinylliebhaber unterstütze ich das. Sehr gut. Sehr gut. Habt ihr mal an Merge gedacht, vielleicht? Oder vielleicht Limited Collectors Editions? Ich frage für einen Freund. Ich, ähm. Frag nochmal so. La, 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 la. Was für Merge willst du denn? Ja, aber ich muss schweigen. Schade, ich wollte gerade eine Collection, äh, Connection klar machen. Eine Collection. Wollte gerade eine Connection klar machen. Na gut. Okay. Die, so, soon, danke schön nochmal für den Raid. Muss gerade elf Stunden Manorlots zocken. Sau schlimm. Ja, fühl ich. Fühl ich. Wir hatten leider viele Verzögerungen drin. Aufgrund von, äh, weggelaufenen Ochsen. Und aufgrund von plötzlich keinem Feuerholz mehr. Und, äh, ja. Wir hatten einige Engpässe. Aber wir haben es gut überstanden. Der Chat wächst. Der Chat pflanzt sich fort. Wie ein Virus verteilt er sich über die Map langsam. Hat auch Probleme mit Nahrung. Darf noch nicht mal genug. Soon, wir hätten einfach einen Handel aufmachen. Wir hätten so eine Handelsconnection machen sollen. Nahrung hatten wir immer genug. Aber, naja. Es fehlt ein Ochse und es fehlt eine Menge Feuerholz. Aber jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Geschichten darstellen. Okay, super. Kopelius, vielen Dank. Dankeschön. Zufriedenheit über 89%. Ja, weil wir ja gerade die Häuser geupgradet, geupgradet, geupgradet. Ihr wisst schon. Hammer gemacht. Und wir müssten eigentlich auch hier, ich muss Geld sparen, damit wir kostet das Upgraden was? Nee, ne? Vier Holz. Aber Holz haben wir noch. Okay, ich grade mal hier ab, damit wir zwei Brauereien haben. Taverne jetzt. Was bringt dir die Taverne ohne Bier? Willst du in die Taverne gehen? Willst du in die Taverne gehen und da Wasser trinken? Ist es das, was du möchtest? Milch. Ja, ich kann ja keine Kühe importieren. Wir können Schafsmilch trinken, wenn ihr wollt. Also Schafsmilch gibt es dann vielleicht. Oder vielleicht Chat-Milch. Ich weiß sonst nicht, wo wir... Ich hab... Es gibt keine Kühe in diesem Spiel. Was soll ich machen, Leute? Oder zumindest noch nicht. Ich hab noch keine Ahnung. Es gibt keine... Es gibt keine Kühe. Die gute... Hä? Was habt ihr denn gegen die gute Chat-Milch? Hä? Das ist Milch aus Chattingen. Die gute Chat-Milch. Woran denkt ihr denn so? Was ist denn mit euch? So. Okay. Ähm... Ah nee, Taverne lohnt sich noch nicht. Nee, ich wollte auch grad bauen. Ich will die auch bauen, aber es lohnt sich noch nicht. Wir upgraden erstmal die Hofstätte hier. Let's go. Und dann gucken wir mal, was Brauerei kostet. Und dann sollten wir mal gucken. Flachs und so sollte langsam gehen. Bleibt der Flachs von letztem Jahr einfach stehen und blüht weiter? Okay. So, hier wächst, glaub ich, oder? Ja, ich glaub, der wächst langsam. Die haben schon... Die haben schon, äh, ausgesät. Und dieses Jahr bleibt dieses Feld hier brach liegen. Huch! Oh, nicht schon wieder. Mein Lieblingsbacke. Ähm... Wo sind wir denn? Diesmal sind die beiden Felder bepflanzt. Und das bleibt brach. Und nächstes Jahr müsste das hier brach sein und die beiden sind bepflanzt. Das geht immer brrrrp. Wandert immer einmal hoch. Nur hier, da nicht. Ham. Eigentlich könnte ich das hier wegreißen. Ich könnte das hier wegreißen und da vielleicht noch Flachsfelder hinmachen. Und die Viehdingens lieber hier hinballern. Wobei, das sind auch ein paar Steine. Üppiges Vorkommen. Hm. So. Im Bau. Ja, ja, macht ihr mal. Sehr hoch. Hm, ich seh schon. Ja, da ist sehr hoch, aber der Ochse geht erstmal auch anders hin. Na klar. Null von vier. Natürlich. Wo ist denn der Ochse? Ach, da. Wo geht denn der hin? Was schnauft der gerade? Hat er auf ihn gewartet hier? Verzögert Gigamelch unsere Lieferung? Hm. Ja, gut. Die bauen jetzt... Okay, die bauen random irgendwelche Häuser hier. Statt dem sehr hoch hier. Na gut. Okay. Ich wünsch noch mal, man könnte Bewohner umbenennen und Chatnamen geben. Äh, Soon. Das geht. Wir haben hier nur Leute aus dem Chat wohnen. Ich wünschte, die Leute aus dem Chat würden sich vermehren. Und dann der Nachwuchs in eigene Hütten ziehen, aber random und man weiß nie, wer genau zusammenkommt. Ein Rezept für Chaos. Und sehr schöne, sehr schöne Mischungen. Ja. Tiere umbenennen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe schon versucht, Ochsen umzubenennen. Das ging leider noch nicht. Oder Hühner. Das wäre auch noch sehr schön. Umbenennen immer super. Äh, Hofstädte Stufe 1. Person, achso, Person haben wir noch nicht. La, 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 la. Äh, die Ochsen haben Namen, aber die muss man aktuell noch, äh, die kann man aktuell noch nicht umbenennen. Die, 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 die. Ich verkaufe es noch, Steine. Ne? Offenbar nicht. Aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht... Wo war denn der Handel, äh, Dingens hier? Ich, die Häuser sind alle ein bisschen ähnlich aus. Ähm. Exportieren. Ich mache mal keinen Handel hier, ne? Ich glaube, wir verkaufen noch mal 10. Aber dann wird das hier sehr viel länger dauern, glaube ich. Okay, jetzt bauen die hier weiter. Macht doch mal hier. Bauprio sehr hoch. Oh, kurze Orientierung. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich muss da lang. Ach ja, mhm. So. Hallo, Marketender. Welche Waren bietest du feil? Alles Holz. Okay, ciao. Was sehe ich hier? Einen leeren Baskenkorb. Hm. Noch mehr Holz. Fantastisch. Ihr habt ja wirklich tolle Produkte. Habt ihr vielleicht auch, habt ihr auch Retro-Games hier auf dem Flohmarkt? Ich suche Retro-Games. Habt ihr vielleicht noch alte DOS-Boxen? Keine, hier ist auch wieder Holz, offenbar verkaufen. Die mögen, ja, Holz. Die mögen sehr gerne Holz. Holz scheint hier so ein Ding zu sein. Ähm. Drei Rollen Stoff. Das ist natürlich auch nicht. Und 70.000 Bären. 70.000 Bären, ein Brot und fünf Tiere. Okay. Keine Retro, keine Retro-Games hier. Noch ein bisschen mehr Brot. Oh, schön Brot. Geil. Brot haben wir jetzt. Das ist cool. Ich will immer springen. Ich weiß nicht warum. Ich will immer jumpen mit ihm. Aber es geht nicht. Ja, auf dem Flohmarkt war nichts zu holen. Sorry. Ich wollte ja, ich wollte mal gucken. Aber leider. So was hier. Da kann ich über Luft gehen. Aha, 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 aha. Okay. So. Retro-Games ist immer nur ein altes Holzschach. So. Oh ja, drüben ist aber schön, ne? Ist schon schön. Ich hoffe, die Mühle hat noch 100%. So. Okay. Ein R-Spiel wäre so nice. Ich sag ja, aufbauen und dann, ne? So die Dürfe aufbauen in der Übersicht. So steht aufbauen. Dann mit dem Knopf reinversetzen und RP spielen. Das wäre geil. So. Okay. Ist das denn endlich mal? Es ist doch nicht wahr. Hier sind drei Häuser fertig, aber das hier interessiert keinen. Ja, na gut. Bau eine Kirche, dann steigen die Häuser auf und generieren passives Einkommen. Wenn du keine Ahnung vom Spiel hast, dann sag doch einfach nichts. Äh, No One 84. So vielleicht. So. Ähm. Dann warten wir einfach, bis die das hier upgraden. Wieso upgraden die das nicht? Okay, ich feiere, dass der Förster, dass rund ums Forsthaus hier einfach so ein Büschel steht. So. Ähm. Feiere ich ein bisschen. Wildbeuterhütte. 112. Die sind aber nicht so richtig flink, ne? Die sind richtig lame unterwegs. Es ist Mai. Und die haben fast nichts geholt. Was sind das für Lappen? Ah, Playtime, Nefix und Sandy. Ah, okay. Die sind das, ja? Okay, verstehe. Naja. 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 Das ist natürlich, ähm. So. Okay. Dann. Ja, können wir eigentlich nur warten, ne? Ich glaub, die bauen jetzt hier langsam. Eins von vier. Okay, die bauen langsam, aber parallel da und das Haus. Hier ist sehr hoch, aber die bauen da erstmal das Haus. Ich, manchmal weiß ich nicht. Die, 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 die. King Durex, ich hab keine Ahnung, wo du arbeitest. Ich hab die Übersicht verloren. Hauptsache, Hauptsache ihr, äh, wuselt fleißig umher. Und seitdem ich keine Steine mehr verkaufe, ist das ja natürlich ein bisschen armselig geworden. Ich kann mir nur ein Schaf leisten. Und ich hab das Gefühl, wir werden Steine noch brauchen. Und wenn ich jetzt alle Steine verkaufe, werd ich später bitter bereuen. Aber wir könnten Bretter verkaufen. Theoretisch. Wenn ich jemanden in die Sägegrube schicken würde, könnten wir genug Bretter machen, glaub ich. Ja, weißt du was? Ich schick mal jemanden da rein. So, da wird jetzt ausgebaut. Sehr gut. Ich würde gerne wissen, ich würde gerne wissen, ähm, wie viel es kostet. Ach, können wir da noch nicht gucken, ne? Haben wir noch ein Zweierhaus hier irgendwo, ne? Ich würde gerne wissen, was die Brauerei kostet. Fünf nur. Das kostet 25, aber das kostet 5 und 5 Bretter. Die Brauerei ist günstiger als die Hühners. Okay. Versorgt die Silo mit einem Passiveinkommen an Häuten. Okay. Passiveinkommen an Eiern. Boah, Apfelgärten hätte ich auch Bock. Di-di-di-di. Boah. Was bewegt sich eigentlich im Webcam-Fenster links neben dem Gronk so? Meinst du den hier? Das ist mein, äh, äh, hallo. Oh, wenn ich da reinrede, hört sich... Hä? Hilfe, Hilfe! Ich bin in der Matrix gefangen. Oder in einem kleinen Klo. Ich weiß nicht. Was ist denn mit dem... Hä? Hallo? Cooler Sound. Das ist ja nice. Jetzt kommt erstmal wieder 70.000 mal der 81-Witz, weil Leute echt originell sind. Wow, Leute. Ihr lest das selber, ne? Jeder macht den gleichen beschissenen Witz. Und immer, wenn ich einen Ballon zeige, ihr seid schon lange nicht die Ersten. Es ist so... Junge. Der steht jetzt mal in ZDF-Fernsehgarten. Humor-Level. Junge, Junge. Castello, was soll das? Castello, warum? Warum? So. Di-di-di. So, wie sieht's aus? Immer noch nicht. Oh Gott. Das Jahresprojekt einfach. Ding, di-di-bi, di-bi. So, hier ist alles fertig. Es wächst. Sehr gut, sehr gut. Hm, 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 hm. 3.000 Eisen. Fels üppig. Oh, wilde Tiere und Bärenbüsche üppig. Oh. Wir sind momentan hier. Und wir könnten dann theoretisch... Ja, wir sind momentan hier. Und wir könnten theoretisch dann nach hier unten wandern und Bären und wilde Tiere... 128, okay. Ist das üppig? Okay. Oh, weiß ich nicht. Eisen. Äh, mit Einfluss. Wir brauchen 1.000 Einfluss oder Gunst des Königs. Okay. Äh, wir haben beides nicht. Könnt ihr mir mal Einfluss gewähren? 100% Zufriedenheit. Ich wollt's nur sagen, ne? 100% Zufriedenheit. Was wollten eigentlich die... Was wollten denn die lumpigen Einwohner eigentlich haben alles? Taverne kommt. Kirchenstufe 2. Oh, wie viel kosten die? Ziegel. Lässt sich machen. Wir haben Lehm da unten irgendwo, ne? Ach du Scheiße, aber weit weg. Lehm vorkommen 166. Das ist weit weg. Oh, Alter. Das ist doch nicht den Ernst, oder? Jetzt mach doch mal das scheiß Haus für die hier. So. Der Chat ist nur um Weiben. Die bauen gar nicht mehr. Ja. Brauchen wir noch einen Ochsen? Liegt's daran? Wo ist der Flaschenhals? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Drei von vier. Liegt es am Ochsen? Es könnten die Ochsen sein, oder? Wie viele Ochsen hast du? Mir ist ganz früh im Spiel einer weggelaufen. Der hat uns komplett aus der Bahn geworfen. Wir mussten tausend Jahre warten. Und ich musste Geld ausgeben, mein einziges Geld ausgeben, um neuen Ochsen zu kaufen. Das war, äh, furchtbar. Ja, ja. Noch in der ersten Stunde, das war so gemein. Ja, das war nicht gut. Was machen die denn? Die sollen arbeiten. Vanilla Peachy, Schrein erwartet. Los, Vanilla, arbeite. Warum arbeitet die denn nicht? Weil der Ochse nicht kommt, ne? Da kommt der Ochse. Ich glaube, wir brauchen noch einen Ochsen. Sehr gut. Das hier wird auch gleich geupgradet. So. Und jetzt schauen wir doch mal. Let's go. Bau begonnen. Brauerei. Diese Melzerei haben wir ja, ne? Ich hasse alle Ochsen, die so spielen. Die, 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 die. So. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Brauerei hier. Ob zwei Brauereien reichen? So, da ist fertig. Produktionsfokus. Werkstätten können manchmal verschiedene Arten von Waren produzieren. Betrachtet den Allgemeinreiter im Gebäudemenü, um auszuwählen, welche Waren produziert werden soll. Den Brauerei. Verbesserungsstufe auf Stufe 3. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz. Alles klar. Dann können wir theoretisch, ich weiß halt nicht genau, die brauchen jetzt ja Malz und so, ne? Kriegen wir Infos darüber, was hier rein und raus geht? Annehmlichkeiten. Achso, das ist nur die Überschrift hier. Ähm, ich... Allgemeines Lager, Lebensmittellager. Ho. Hm. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ähm, ok. Ich könnte eine Taverne bauen. Unterhaltung für die ganze Familie. Ich baue die Taverne einfach hier hin, ne? Bumm. Ist das eine gute Idee? Fünf Baumstämme, das klappt bestimmt super. Klappt bestimmt problemlos. So Ähm Hm Libo78 Du bist dabei Ähm Haben wir eine willige Dame? Haben wir eine willige Dame gerade? Ähm Oh, warte, warte Den Namen muss ich mir merken Nynjaria Nynjaria So, Nynjaria Nynja So Und jetzt bräuchte ich mir noch Ein nerviges Blark So, ähm Hm Warte Ah ja, gute Idee Die Muffin-Kanone Weißt du was? Muffin-Kanone Ist ein toller Name für ein Kind Ich finde, wenn ihr mal Kinder haben solltet, nennt euer Kind Muffin-Kanone Ein sehr schöner Name für Nachwuchs So Ähm, hier ist noch keiner drin, ne? Oh doch Endres Ähm Rodo-Kar Rodo-Kar So, Rodo-Kar Dann bräuchten wir wieder Warte mal, warte mal Äh, wie ist der Name? XXA-Line XXA-Line So, haben wir auch So Und der dumme Balk heißt Ah ja, Aurora Angel Aurora Angel So Klingt zu cool für ein dummes Balk Aber ist egal Passt schon Sohn Ja, ist egal Wir unterscheiden da nicht Ich bin ganz ehrlich Ich guck den Kindern nicht in den Schlüpper, welches Geschlecht die haben Ja, die, die ziehen da ein Ich hab damit nichts zu tun Bitte lass mich nicht urteilen Ich will, ich will das nicht Ich halt mich da raus So Di, 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 di So Hauptsache die Arbeiten Ganz genau Das ist das Wichtigste Di, bi, di, 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 di Das war nicht als Gender Urteil Das war ein Ich stell mich als Sohn bereit Ach so Sag das doch Ach so Ich dachte du wolltest unbedingt einen Sohn haben Also nicht du jetzt Sondern im Spiel Also Du weißt schon Ach so Na gut So 59 Brennstoff könnte man wieder ein bisschen, ne Ein bisschen aufheizen hier Die Brennstoffdebatte Wir könnten hier nochmal Bringt das was Hier einen Köhler noch mit rein zu ballern Eine Köhlerfamilie Oh Junge ist aber richtig Der Förster haut richtig rein hier, ne Da baue ich immer direkt eine Familie rein So Neun von 50 Vielleicht bräuchten wir hier noch jemanden drin Der Förster macht einen sehr guten Job Äh, hier auch, aber man sieht schon genau wo der Kreis ist, wo der Förster arbeitet Kann ich den Arbeitsbereich wieder unbegrenzt machen? Ah hier frei machen Okay Und hier Hab ich dem Brennholz Hütte Forsthaus Hat glaube ich Okay, der hat unbegrenzten Arbeitsbereich Sehr gut Hier auch schön dicht alles, ne Ich glaube ich will noch ein paar Forsthäuser haben Irgendwie Bei Gron-Modzern ist bestimmt ein easy Job Ähm Jein Ist ein easy Job Weil die Mods hier so gute Arbeit machen Klingt irgendwie ironisch Aber ja Letzten Endes liegt es daran So Prost So Okay Hier ist schon ein bisschen mehr los inzwischen Das ist gut Äh Die Häuser hier sind fertig Bauen wir gerade noch irgendwas anderes Außer das hier Haben wir noch gerade andere Baustellen? Ne, ne Weberei Natürlich wieder Null Es wurde auch nichts eingelagert Okay Ähm Du solltest noch Coppelius verewigen Haben wir schon Der ist schon am knüppeln gerade Ich weiß nicht genau als was Aber der muss hier irgendwo Irgendwo Fleuchtet hier rum Ich weiß gar nicht mehr in welchen Häusern das war Ich verliere ein bisschen die Übersicht Aber der läuft hier gerade irgendwo rum Anna? Ich glaube wir hatten die Frau hier gar nicht benannt Ne? Kann das sein? Oh Äh Mats System Dankeschön Vielen Dank Mats System Ganz, ganz lieben Dank Mats System Dankeschön, Dankeschön Shiba Inuyuki Shiba Inuyuki So So, wartet Jetzt haben wir die Frau benannt So, jetzt haben wir die Frau benannt Ähm Worin arbeiten die denn gerade? Wo sind die denn alle? Keine freien Leute von Baum her? Wir haben noch drei freie Leute Und wir haben zwei Ochsen Das müsste eigentlich reichen Nehme ich an Sollte man meinen Ha Ein Schaf kostet 30, ne? Ah, okay Da ist ein Ochse Der liefert gerade einen Stamm an Ich glaube der Die Stammlieferung ist ein bisschen länger geworden Seitdem wir hier unten keinen Holzfäller mehr haben Wir könnten theoretisch Wäre gut, wenn wir hier einen zweiten drin haben Und wir könnten hier unten direkt noch einen Holzfäller machen Dann könnten wir hier die umliegenden Baustellen Schnell versorgen als Von da oben irgendwo Ich glaube das wäre ganz gut Sollen wir wirklich machen Weil sonst reißt hier unten ja niemand die Bäume ab, ne? Ich mach hier unten nochmal ein Holzfällerlager hin Oder soll ich das umziehen? Wobei wir hier oben vielleicht auch noch welche brauchen, ne? Ich weiß noch nicht genau Ähm Ich baue noch einen Holzfäller Was soll der Geiz? Ein Holzfällerlager Einfach hier auf Kante irgendwo Hier so Du hast doch da eins Ne, unser ist da oben Irgendwo Was? Lass mich in Ruhe So 28, 28 Okay, wir gucken mal Vielleicht geht's so schneller Wenn der wieder aktiv ist Wir gucken mal Ja, der ist wirklich gleich um die Ecke 0 von 5 Die bauen halt erstmal die anderen Sachen alle auf Ich weiß nicht genau warum Weird Oh, ich hab ja noch Dingens Ha Nomm Mm-mm-mm-mm-mm-mm Mm-mm-mm Verbrauchsgüter Mäntel, Kleidung, Kerzen Da müssen wir noch mal rein Militär brauchen wir nicht Ähm Ich würde gerne irgendwie eine Straße nach unten machen zum Leben Lehmvorkommen Einfach diese Straße hier runterziehen Sollte eigentlich gehen, oder? Ich weiß noch nicht genau, wie ich bei meinem Lehmvorkommen bauen kann. Äh, Industrie, Handel, Verwaltung. Ist das Industrie? Brennofen, Lehm. Ähm, ne, wir brauchen erstmal eine Lehmgrube oder so. Theoretisch, normalerweise, eigentlich. Hier. Ah ja, eine Abbaugrube. Eisenerz und Lehm. Also hier. Was denn hier? Ach, Eisen. Müssten wir dann hier bauen, eigentlich. So. Bäume, die von dem Bau gefällt werden müssen, fünf, aber das ist okay. Kostet ein Holz. Dann brauchen wir wirklich einen Ochsen. Eikäle. Okay, wenn ich den hier anknüpfe... Weißt du was, ich knipse mal hier einfach an diese Dinge an, oder? An diese hier. Dann geht's ein bisschen weggeschrägt. Ist auch okay, oder? Hab ich mal gemacht. Jetzt muss so ein Ochse hin halt erstmal. Wir brauchen halt noch einen Ochsen. War bis gerade eben im Lost Level. Wie war's denn? Wie war ein Lost Level Party? War gut? Ist gerade eben bis 3 Uhr. Geil. Dann gingen die ja ordentlich. Cool. Ja, Lost Level ist eine Gaming-Bahn in Köln. Die hatten gerade Fallout-Event. War gut, aber auch das Fallout-Shirt. Danke der Nachfrage. Nun. Sollen wir uns, ähm, noch einen dritten Ochsen leisten? Oh, wir haben noch einen Punkt übrig, übrigens. Ähm, letztes Mal haben wir die Kühlerei genommen. Schweren Herzens. Dieses Mal. Schafzucht vermehrt sich. Bringt aber kein Fleisch. Bringt nur Wolle, ne? Fallen stellen. Fallen stellen erzeugt ein permanentes passives Fleisch-Einkommen. Ich glaube, ich möchte Fallenstellen haben. Passives Fleisch-Einkommen ist irgendwie nice. Was? Achtung. Okay, Kopelius, was denn? Kopelius schreibt, Achtung! Passives Fleisch-Einkommen ist nicht da. Was? Oh, Scheiße. Was wird's mir in solcher Shirts geben, wie zum Beispiel dieses Shirt mit anderem Motiv? Äh, du meinst diese, diese Wash-Dinger und so? Äh, ja. War geplant als kleine Reihe, so nach und nach, aber immer mal wieder was. So, so ein bisschen was Dreckiges halt einfach. Du kannst es probieren, aber das bringt ja nix. Wir haben, ja, wenn, wenn kein passives, ich will, ich würde das nur machen, wegen passiven Fleisch-Einkommen. Okay, ich muss das hier aber nehmen, um da hinzukommen, ne? Pelzproduktion und hier auch verbesserte Tierverwertung. Es dauert drei Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Bis dahin ist der Erntertrag von Apfelgärten deutlich reduziert. Ah, Moment, ich glaube, es ist eh das Richtige. Was bedeutet das? Was bedeutet das hier gerade? Also, kann ich das ruhig nehmen und kriege passiv Fleisch? Also, funktioniert das oder ist das ein Bug? Ausprobieren? Die Punkte sind selten, ich will die nicht versemmeln. Ich will die doch nicht versemmeln. Die, die Punkte, wir, wir haben nur ganz, bis, das ist. Aber, 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 aber. Gib mir einen kurzen Moment. Okay, wir warten kurz. Wir warten, wir warten kurz. Nimm dir jeden Moment der, der Welt. Wir haben es nicht eilig mit dem Ausgeben. Ich will nur nicht, äh, ich will nur den Punkten, die nur nicht verbraten. Ja. Die Punkte sind so selten und wertvoll. Nomm. Gute Nacht, einschlafen gehen. Mh, 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 mh. Hu. Ach, der Neffix. Dieser Baumbüschel hier vorne. Es geht, aber der Effekt ist recht gering. Oh, okay, schade. Dann würde ich es erstmal noch nicht machen. Dann würde ich, glaube ich, erstmal die... Dann mache ich einen Apfel... Ich mache die Schafzucht. Apfelgarten, drei Jahre, dauert mir zu lang. Und wir haben momentan gute Nahrung. Ich würde erstmal die Schafzucht machen. Oder schwerer Pflug. Macht das Einlagern von Ernte gut effizienter. Ich glaube, ich würde erstmal schwerer Pflug machen, weil wir die Felder schon haben. Wenn es schneller geht und wir mehr Nahrung kriegen... Das muss weird sein, hier reinzukommen mit der Musik hier gerade. Liebe Gemeinde. Wir sind gar keine Sekte. Wir sind nur ein paar gleichdenkende Individuen, die sich hier zusammengefunden haben, um voneinander zu lernen, um miteinander zu wachsen. Die anderen sagen... Es sei eine Sekte. Ich aber sage, es ist eine Gemeinde. Schwerer Pflug. Los, und jetzt ab auf die Felder. Ab auf die Felder jetzt, liebe Gemeinde. So, du brauchst mehr Ochsen. Ja, die brauchen wir trotzdem. Aber die Ochsen vermehren sich ja nicht. Aber ich finde den Soundtrack voll geil. Ich liebe den. So. Okay. Du brauchst Ochsen für den Pflug. Ach so. Ja, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Dann brauchen wir ja mehr Ochsen. Ähm. Ähm. Ich vergesse immer wieder, wo ich Ochsen kaufe in diesem Game. Bei den Dingern da unten, ne? Bei diesen, äh... Wo sind die denn jetzt? Oh Gott, hier sieht alles so anders aus inzwischen. Ich baue hier vor mich hin und habe vergessen, wo die Dinger waren. Kleiner Stall hier, ne? Weiteren Ochsen ordern, genau. Stallfläche 1 von 2. Also kann ich noch einen holen, ne? Pferd ordern. Okay. Ein Ochse. Kostet auch nur ein Zwanni. Ein Zwambo. Äh, jetzt habe ich kein... Doch, ich habe noch einen. Hä? Warum geht das nicht? Händler verfügt bei 30... Was? Ein Feuer ist ausgebrochen? Was? Wie? Ruine. Aber es regnet wie Sau. Wie kann da ein Feuer ausbrechen? Ich lade gleich nochmal. Das darf doch nicht wahr sein. Ruine on fire. Welche Familie war das? Ich kann nicht reingucken, leider gerade. Die können aber nicht verbrennen, die Einwohner, oder? Der Brunnen ist zum Glück um drei Ecken. Hm? Okay. Boah, zusammen mit der Musik, ne? Zusammen mit der Musik. Oh Gott, die Blitze, Alter, die Blitze. Heilige Scheiße. Ich finde die Cam fast schon störend zur Atmosphäre. Und am nächsten Morgen war alles fort. Alles, was die Familie sich über Jahre aufgebaut hatte. In einer Nacht in Schutt und Asche. Oh, Ruine, Lagerung. Erweiterung für den Hinterhof einrichten. Ja, dann hätte ich gerne Hühner. Kann ich die Ruine nicht wieder aufbauen? Kann man die Ruine nicht wieder aufbauen? Kann ich ja nicht sagen, Baustelle hoch und dann wird wieder aufgebaut. Oder muss ich die jetzt komplett wegreißen? Oder bauen die automatisch? Ne, ne? Die neue Köhlerei. Hm. Ja, ähm. Abreißen und neu bauen. Aber ich kann doch da jetzt kein... Hofstätte. Wie kriege ich die da hingebaut? Ähm. Ich bin ganz ehrlich, da fände ich ein Neubauen besser, weil man ja vorher das Gebiet schon markiert hat. Also wenn man's... Wenn man's... Okay. Wenn man einfach sagen könnte, okay, ich will's nochmal neu bauen lassen. Also bitte neu aufbauen. Es gab oder gibt ein Button zur Neuerrichtung? Ja, da war jetzt aber keiner. Und du hast gesagt, ich soll Abreißen und Neubauen. Hast du gerade gesagt. Ich höre auf dich. So, hier hoch. Schnell. Und wo ist die Familie jetzt? Müssen wir nicht Obdachlose haben? Oh. Wir haben noch ein Haus frei. Es wird für immer ein Mahnmal bleiben. Wer in Schättingen wohnt, ist nicht sicher. Vor Gott. Wrong. Ja. Okay. Äh. Kopelius, hau ruhig raus. Ich mach halt eh nur ne Übungsrunde quasi. Das ist für mich eh nur zum... Üben. Ich find, bei manchen Sachen muss man sich von anderen Städtebauern aber... Also von anderen Aufbausimulationen aber sehr ungewöhnt. Hast du schon mal Tab gedrückt? Nein, überhaupt nicht. Ha. Wo kommt denn der Ochse her? Ach so. Peter. Ochse. Folgt. Wo? Okay, ich frag nicht. Aber wo erfahr ich das mit Tab? Muss ich... Muss ich, um das Spiel zu können, erstmal in die Tastatureinstellungen gucken? In den Einstellungen? War das mit Tab? Hab ich noch nirgends gelesen. Und wenn's irgendwo gestanden hätte, hätte Chat mir das reingespampt. Das weiß ich. Hm. Lagen da zwei tote Ochsen vor dem abgebrannten Haus? Dein fucking Ernst? Beide Ochsen sind tot. Okay, ciao. Das war's. Bin raus. Ich werd mir mal ansehen, was der Grund war. Soll ich hier was zusammenschreiben und schicken? Äh, Kopelius, äh, sehr gerne. Gerne, gerne. Dann morgen. Äh, pass auf. Männerlords, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, hab ich geragequitted. Äh, nachdem Dinge passiert sind. Äh, pass auf. Lieber Erik, wie versprochen, hab ich mir dein Ochsenproblem von gestern angesehen und wir haben das intern auch schon versucht zu rekonstruieren. In beiden deinen Situationen hattest du sehr viel Pech, dass du auf diese Probleme gestoßen bist. Hm, okay. Pass auf. Punkt A. Der Fehler, dass dir dein erster Ochse abgehauen ist, ist ganz klar ein Bug, der in dieser Form bisher nicht bekannt war. Da, da haben wir's wieder. Prima. Ja, ich, irgendwie schaffen wir's immer. Wir konnten auf die Schnelle den Grund nicht rekonstruieren, vermuten aber, dass es daran lag, dass du einen zweiten Anbindebalken platziert hast. Normalerweise bekommt man eine Warnnachricht, rotes Icon, oben in der Mitte das hat, dass ein Tier keine ordentliche Unterbringung hat. Allerdings hattest du ja nur einen Ochsen, der bereits eine Unterbringung hatte und du hattest auch keinen neuen bestellt. Da muss also irgendwas anderes passiert sein. Wir sind aber schon dran, das rauszufinden. Gut, das, äh, das aber dazu. So, pass auf. Und dann, äh, direkt, äh, Punkt B. Achso, warte mal, hier. Ähm, im Idealfall, äh, da du jetzt, wie richtig gesagt hast, die Ochsen ein Nadelöhr darstellen, wenn mehrere Baustellen betrieben ist, sodass die Tätigkeit verrichtet werden sollen, die Ochsen sind noch ein Sportbedürft. Genau, haben wir festgestellt. Und dann, Punkt B. Okay, keinem Alpha-Tester ist es bisher gelungen, Ochsen bei einem Feuer zu verlieren. Aber das lässt sich erklären. Die Ochsen kamen zum Zeitpunkt des Brandes an der Brandstelle vorbei und haben den Zaun berührt. Quasi ein Collision Point mit einem Bereich, der als in Brand gesetzt markiert ist. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und wird ebenfalls vorhoben. Zusammengefasst, du hast es geschafft, gleich zwei Situationen mit Ochsen entstehen zu lassen, die wir in tausenden Stunden Testzeit nie hatten. So, ich würde dir an der Stelle gratulieren. Ich weiß genau, wie frustriert das sein kann. So, in diesem Sinne darf ich mich im Namen des Entwicklers aber herzlichst bedanken, dass du Mendoos gespielt hast und damit diese Fehler entdeckt hast und somit zur Behebung der Bugs wertvolle Infos geliefert hast. So, schön. Wir müssen es nochmal spielen und dann hoffe ich, dass ich weniger Glück habe.